Ja, grössang, da gibt es wieder einen Live-Bericht. Wie versprochen sind wir heute in die kroatische Inselwelt unterwegs. Wir haben am Vormittag noch etwas Theorie gemacht und sind dann anschließend einmal in Aufmotor in Richtung Sada, wo dann endlich ein schöner Maestrale mit Treiber voreingesetzt hat und sind dort bisher hergesegelt. Wir umrunken gerade das nördliche Ende der Insel Uge an. Das kann man hier sehen, hier ist das nördliche Ende draußen, auch noch ein Leuchtfeuer zu sehen, wo es das markiert. Man kann hier auch sehen, das Wasser ist etwas aufgewühlter als üblich, auch wenn wir in die andere Richtung schauen. Das sind einheitliche Anzeichen von Strömung, die man hier zwischen den beiden Inseln Rivan und Ugeglan sozusagen hat. Ja, es gibt dann auch noch einen kurzen Bonus-Track im Anschluss. Wir sind nämlich bei einer Delfin-Schule vorbeigefahren, die um unser Boot sozusagen herumgesprungen sind ein bisschen. Und wie es der Zufall will, haben wir es mit der Kamera gerade erwischt. Und das gibt es gleich im Abspann. Also dann, bis zum nächsten Live-Bericht. Fiatang! 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 Untertitelung des ZDF, 2020